Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darksiders Folge 10 Wir müssen immer noch gegen den Mann, also gegen die Dämoner denken Wir haben immer noch nicht herausgefunden, wie wir den am Ende ein bisschen besiegen Aber ich liebe es heute hier Ich bin ein bisschen besiegen, aber ich bin ein bisschen besiegen Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Alter Alter Da Da Deswegen hier war auch ein Leben hintergefallen von Köln Da, bitte Da Dann Da 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 Ah! Ah! Ah, the movement's on the mines, I mean. Ah, there he is. Was ist das? Mann. Ja. Geht immer. Geht immer. Geht immer. Das gibt es doch nicht. Geht immer. Ja. Wie kann ich denn eigentlich blocken? Ja. Geht immer. Ja. Geht immer. Geht immer. Geht immer. Geht immer. Nummer 2. Nummer 2. Wir haben uns jetzt nicht gefunden. So. Ja. 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 Was ist denn der Mann denn noch? Nein! Ich weiß nicht, wie ich in den Sinn hatte. In den Enden Sinn. Naja egal. So, dieses Handy eben habe ich mir noch nicht angerechnet. Ich werde wahrscheinlich im Enden Sinn leben. Ich werde den Dimmel ins Trauken leben. Ich werde vermeisen, wenn man das Zeichner gucken muss und wir wegdrucken, glaube ich. Ich werde den Dimmel aus. Ich werde den Dimmel aus. Ich werde den Dimmel aus. Ich werde den Dimmel ab пош Tarauken spinnen. Schs nach alleer. �. Ja. Hey. Ja. Ein... Ich bin richtig doller. Ich bin so nett. Ich bin so nett. So, bitte. Weiter verlieren, ne? Unfaire Kacka. Anschlossen, Mann. Völlig unfair. Er schlägt einmal, ist er tot. Aber selber noch in dem Leben. Er schlägt euch nicht mehr. Er schlägt euch nicht mehr. UNTERTITELUNG Oh, die sind nicht best in der Chance. Ich weiß nicht, ob ich die Freunde habe, aber ich weiß nicht, ob ich die Freunde habe, aber ich weiß nicht, ob ich die Freunde habe. Ey! Ja, ich habe ihn nicht fertig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das macht die Bühne vor, dass die Bühne nicht weitergeht.